Was denkt man in Down Under eigentlich über Deutschlands dunkle Seiten? Stichwort Rechtsextremismus, Vertrauensverlust in demokratischen Prozesse, Messerattacken. Sieht man hier Deutschland noch als Land der Ingenieure oder eher als Abrissgrundstück, wo die Demokratie rückgebaut wird? Darüber reden wir jetzt und ich kann euch jetzt schon sagen, it's not pretty. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Deutschland, meine alte Heimat. Das Land, wo man zwar gerne im Bioladen shoppt, aber auch keinen Bock auf Tempolimit hat. Wo immer verlangt wird, dass der Staat sich lieb und nett um alles kümmert, man aber die Oma auf dem Radweg trotzdem umfährt, weil... Das ist ein Fahrradweg. Die australischen Medien berichten mit Sorge über die politische Entwicklung in Deutschland. Nicht erst seit den Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern in den letzten Monaten, sondern bereits seit mehreren Jahren. Und dabei geht es weniger um Tagespolitik, sondern um die vielfältigen Angriffe, denen die Demokratie in Deutschland ausgesetzt ist. Zum Beispiel gibt es vom australischen öffentlich-rechtlichen Sender ABC eine Dokumentation aus dem Jahr 2023 mit dem Titel Citizens of the Reich, in der es um die Popularität von Verschwörungstheorien in Deutschland geht. Tatsächlich, und das finde ich trotz des ernsten Themas super lustig, werden dem Video Menschen auf einer Demo in Deutschland gezeigt, ich glaube, das sind Berlin, die nicht nur die Reichsflagge schwenken, sondern auch tatsächlich echte Original-Alu-Hüte tragen. Aber ansonsten ist der Film echt heftig. In der Doku spielt die AfD eine Rolle, die rechtsterroristische Gruppe um Prinz Reus, Querdenker, Pegida und eben die Reichsbürger, was ja irgendwie sich alles ganz bizarr überlappt. Also hätte man mir vor 15 Jahren gesagt, dass es 2024 sowas gibt wie rechte Esoterik oder Impfgegner, hätte ich an meinem Gegenüber stark gezweifelt und mich erstmal auf Tumblr ausgeheult. Auch einige politisch unmotivierte Morde werden im Film erwähnt, zum Beispiel der an dem CDU-Politiker Walter Lübcke 2019, sowie die NSU-Morde. Und wenn das alles so zusammengetragen einem präsentiert wird, satte 45 Minuten und hier zur Primetime ausgestrahlt, dann erscheint Deutschland als das definitiv letzte Land, in dem man entweder leben oder arbeiten möchte. Also, wenn ihr Bock auf schlechte Laune und Angst habt, der Link wartet auf euch in der Videobeschreibung. Meine Recherche für dieses Video hier hatte ich aber mit einer anderen Dokumentation bekommen, auch vom australischen Sender ABC und es ging auch um die aktuelle politische Situation in Deutschland. Die Doku begann mit einer Triggerwarnung, dass die Inhalte die Zuschauer verstören oder schockieren könnten. Fand dich latent unangenehm und ist auch irgendwie schon schlechte PR in Deutschland. Die Doku heißt Germany's Enemy Within, also Deutschlands feinem Inneren. Und schon auf dem Thumbnail sieht man einen lachenden Björn Höcke, der mit Deutschlandfahne im Hintergrund beide Arme zum Himmel streckt. Und das ist auch etwas, was mir immer wieder auffällt. Wenn es um Rechtsextremismus in Deutschland geht, nicht unbedingt spezifisch um die AfD, dann geht es in der australischen Presse eigentlich immer um Höcke. Kaum ein Artikel, in dem er nicht explizit genannt wird. Und bei den ostdeutschen Wahlen wird in vielen australischen Medien vor allem betont, dass es seit der Regierungszeit von Hitler das erste Mal ist, dass eine rechtsextremistische Partei eine Landtagswahl in Deutschland gewonnen hat. Aber versteht mich jetzt auch nicht falsch. Deutsche Politik, deutscher Terrorismus, sei es rechter oder islamistischer, sind kein großes Thema in der australischen Presse. Die Anzahl der Artikel über Deutschland in den australischen Medien liegt gefühlt im zweistelligen Bereich pro Jahr. Und ja, mein Gott, wir sind hier auf der anderen Seite der Welt und selbst der Ukraine-Krieg ist hier selten eine Top-Meldung wert. Aber ein gebildeter Australier, der Artikel auf den großen Nachrichtenportalen oder in der Zeitung liest, der wird insgesamt und langfristig ein sehr verstörendes Bild von Deutschland erhalten. Weil innenpolitisch hört man eigentlich nur was zum Thema Neonazismus und Demokratieverlust oder wenn es um irgendwelche Gewalttaten geht, also Solingen, Essen, Neuschwanstein und so weiter. Und ab und zu ein paar Sportberichte und ein paar Artikel zur Außenpolitik habe ich gefunden, vor allem was Deutschlands Verhältnis zu Russland betrifft und China. Das finden die Australien ja noch ein bisschen interessant. Ja, und all das ist natürlich nichts, was jetzt unbedingt Lust macht, Europa zu bereisen. Europa-Reisen sind hier eigentlich sehr beliebt. Die gibt es in Australien sowohl in der Party-Version für 20-Jährige, Stichwort Contiki-Tours, als auch in der Party-Version für 80-Jährige, Stichwort Rhein-Donau-Kreuzfahrt. Und darauf haben Australier einfach weniger Lust, wenn sie sowas lesen. Es entsteht hier in den Medien definitiv das Bild von einem Land, von dem man sich fernhalten sollte. Wobei das nicht bösartig oder jetzt unangemessen reißerisch oder sensationsgeil dargestellt wird. Ich habe die Berichtslage insgesamt eher als sachlich wahrgenommen und von der Faktenlage eigentlich deckungsgleich mit den deutschen Medien. Nur eben halt sehr selektiv. Aber trotzdem hat das für Deutschland ernstere Konsequenzen, als nur das Fernbleiben von betrunkenen Australien auf dem Oktoberfest. Denn Deutschland benötigt ja Arbeitskräfte, auch aus dem Ausland. Das ist statistisch sehr schwer widerlegbar. Und die, die Deutschland braucht, die werden halt meistens auch woanders gebraucht, können sich also ihr Wohnort aussuchen. Wenn ich in der Situation wäre und ich müsste mir im Ausland einen Job suchen, würde ich um Deutschland, wo Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, politische Gewalt und Terroranschläge sowohl aus dem rechten als auch aus dem islamistischen Spektrum eine so wichtige Rolle spielen, zur Zeit einfach mal einen großen Bogen machen. Also Lösungen kann ich euch an dieser Stelle leider nicht anbieten. Die Probleme, in die sich Deutschland im Laufe von Jahren und Jahrzehnten hineinbuxiert hat, die sind komplex. Aber jeder sollte wissen, dass Deutschlands innere Angelegenheiten eben auch im Ausland wahrgenommen werden. Und jedes Land betrachtet Deutschland durch eine andere Brille. Die der australischen Medien ist definitiv eine, die dem Ruf Deutschlands in Australien nicht zuträglich ist und die natürlich auch Vorurteile gegen Deutsche fördern kann und damit für alle deutschen Migranten hier in Australien insgesamt nachteilig ist und ihnen schadet. Man soll aufhören, wenn es am schlimmsten ist und das tue ich jetzt. Wenn ihr dieses Video interessant fandet, bitte noch schnell liken, Kanal abonnieren und wenn ihr noch etwas Kraft übrig habt, einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche euch was und bis bald. Ich wünsche euch was und bis bald.